Dieser Podcast wird unterstützt von Allianz. Ich bin Lisa Breit und das ist Edition Zukunft der Standard-Podcasts über das Leben und die Welt von morgen. Menschen fühlen sich sehr wohl unter Bäumen, hat mir Thomas Thaler gesagt, als wir uns das erste Mal unterhalten haben. Und das können wir wohl alle bestätigen. Aber abgesehen davon, dass Bäume einfach schön sind und wir uns darunter wohlfühlen, haben sie auch einige wichtige Funktionen. Sie sorgen zum Beispiel für saubere Luft in der Stadt oder sie kühlen auch ihre Umgebung herunter, so wie eine Art natürliche Klimaanlage. In den nächsten Jahren braucht es also dringend noch mehr Bäume und noch mehr Grün, sagt Thomas Thaler. Er ist Wissenschaftler am Institut für Landschaftsplanung an der Uni für Bodenkultur in Wien. Aber wie viel Grün ist eigentlich genug Grün? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Und genauso um die Frage, ob das Grün in der Stadt eigentlich gerecht verteilt ist und wer am meisten davon profitiert. Guten Tag, Herr Thaler. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also mal ganz abgesehen davon, dass Sie in einer Stadt schön sind, die Stadt und die Straßen schmücken, welche Funktionen haben denn Bäume in einer Stadt? Bäume haben ganz viele Funktionen. Das Beste ist, Kinder können drauf klettern. Das kann ich bezeugen als Mama, ja. Im Umweltbereich, also vor allem im Klimabereich, haben Sie zwei wichtige Funktionen oder drei wichtige Funktionen. Es ist gegenüber Hitze. Sie können kühlen. Leute können drunter sein. Sie können das Mikroklima rund um diese Straße oder diese Gegend reduzieren. Das heißt, es ist angenehmer. Der zweite wichtige Punkt, der in den letzten Jahren immer stärker diskutiert wurde, ist eigentlich, Bäume speichern ja CO2. Das heißt, auch Bäume in der Stadt können die CO2 speichern, was dann unglaublich wichtig ist für diesen Klimaschutz. Also diese Wichtigkeit, diese Bedeutung, nehmen sie massiv zu. Und das dritte ist eigentlich, bei Starkregenereignissen, also nicht nur bei Hitze, sondern auch wenn es zu viel Regen kommt in der Stadt, können Bäume eine wichtige Rolle spielen, dass sie einfach das Wasser aufsaugen, also insbesondere den Boden, dass sie nicht Kanäle übergehen oder Straßen übergehen und dadurch mehr Schaden an sich vorseiten. Und ein wichtiger Punkt, den vergessen wir immer wieder, Bäume haben auch eine sehr positive Funktion für die eigene Psyche. Also man fühlt sich wohl, insbesondere in einem Wald oder Park, um zu entspannen, aber auch um gesundheitliche Folgen, positive gesundheitliche Folgen zu haben. Also das sind eigentlich auch sehr unmittelbare Funktionen, kann man sagen. Wie stehen denn Österreich-Städte da, wenn es um die Anzahl der Bäume und die Anzahl des Grüns generell geht? Die österreichischen Städte stehen im internationalen Vergleich nicht schlecht da. Also vor allem Wien hat mehr als ungefähr plus minus 50 Prozent Grün- und Blauflächen, also wenn man die Donau-Donaukanal mitnehmen und so weiter und so fort. Das ist ein relativ sehr hoher Wert, also wenn man andere Städte vergleicht, wo teilweise 10 Prozent oder noch weniger an Grünflächen zur Verfügung steht. Was auch sehr positiv anzumerken ist, in den letzten Jahren wurden sehr viele Bäume gepflanzt, also nicht nur in Wien, sondern auch in Linz wurde massiv gefördert. Innsbruck, Salzburg oder in Graz, das heißt eigentlich, die Städte machen relativ viel, muss man sagen. Klar, mehr geht immer, mehr muss gehen, aber es ist wenigstens ein sehr positiver Trend, was wir beobachten. Im Jahr 2050 soll es ja laut Prognosen so heiß sein wie in Skopje in Nordmazedonien. Kann man sagen, wie hoch müsste denn der Anteil an Grünflächen idealerweise sein, um die Stadt bei den steigenden Temperaturen weiterhin herunterkühlen zu können? Eine wichtige Studie war von einigen Kollegen von der BOKO, ZAMP, also jetzt Geosphere, AIT vor einigen Jahren, das Projekt heißt Green Resilient City. Dort haben sie es probiert, einfach mal theoretisch durchzurechnen. Und dort haben sie schon gesagt, okay, wenn wir 80 Prozent Grün- und Blauflächen von der Stadt hätten, also von 50 auf 80, also 30 Prozent mehr, würden wir ungefähr einen Kühlungseffekt von 5, 6 Grad bekommen. Also das ist schon massiv, bedeutet aber auch massiv mehr Grünräume. Klar, man kann viel kombinieren mit weißen Dächer, weißen Häuser, weißen Straßen, Jalousien oder Klimaanlagen. Ist halt die Frage, was will man? Also die Alternative sind dann Klimaanlagen, weil man das mit Grünflächen vielleicht nicht schafft. Klimaanlagen haben mehrere negative Folgenwirkungen. Sie brauchen Energie. Zweitens, die Anschaffungskosten sind nicht das große Problem, aber insbesondere die Instanthaltungskosten, Vorsatz vor allem für einkommenschwächere Haushalte, massivere Probleme. Und die Frage ist ja nicht, wo geht die warme Luft hin? Also geht es in der Umgebung hinaus oder noch schlimmer, es geht in den Boden hinein, wo wir jetzt schon wissen, in Wien ist der Untergrund viel zu warm, wie hat jede Stadt. Und dadurch will man das noch mehr erhitzen und dieses Ökosystem im Grundwasser einfach zerstören. Spannend. Und in Wien ist es ja auch nicht in allen Vierteln gleich grün. Also ich habe zum Beispiel lange im 15. Bezirk gewohnt, da war irgendwie kein einziger Baum in der Straße. Welche Teile Wiens betrifft das denn noch? Die Grünraumverteilung in Wien ist klassisch auch historisch bedingt. Also wir haben einerseits die Lubau, einen Prater, wir haben einen Leinzer Tiergarten, den Wiener Wald oder Türkenstands Park. Also die Parks sind nicht 50 Prozent komplett überall gleich, das wissen wir. Ein Bezirk, wo wirklich wenig grün ist, ist zum Beispiel der erste Bezirk, aber auch der sechste, siebte, achte Bezirk sind unglaublich mit wenig Grün versorgt. Der Unterschied zu internationalen Städten ist einfach, dass normalerweise, wo wenig grün ist, leben meistens einkommenschwache Haushalte. Das kann man in Wien nur teilweise beobachten, weil der erste Bezirk ist der einkommensstärkste Bezirk oder einer von den einkommensstärksten Bezirken Österreichs. Sechster, siebter, achte sind jetzt auch nicht wirklich sehr arm. Aber wo wir schon das Problem haben, wie gesagt, in der 15. Bezirk oder in der 10. Bezirk Richtung, also wo sehr viele Menschen, hohe Verdichtung oder 16. oder 17. nahe Gürtel, also oder 20. teilweise, wo wirklich wenig Grünraum ist, wo gleichzeitig auch einkommenschwache Haushalte leben. Da wollen wir nachher auch noch mehr drüber sprechen. Zuerst noch eine andere Frage und zwar in unserem Vorgespräch haben Sie auch gesagt, dass es gerade da, wo sich ein Haus an das andere reiht, wo Straßen und Stadtteile schon sehr lange bestehen, gerade da sei es auch schwierig, neue Bäume zu pflanzen. Das ist irgendwie auch logisch. Was ist denn die Lösung, wo wir denn ja auch neue Bäume brauchen? Es gibt zwei Sachen. Wo kann die öffentliche Hand was machen? Wo müssen wir als Privates was machen? Wo sind die Handlungsräume auch von der Stadt einfach eingeschränkt? Also klar, wo gibt es Megapotenzial? Oder Potenzial sind die Innenhöfe? Also das sind teilweise mit Parkplätzen oder einfach zubetoniert. Klar, das Aufreißen wäre super. Teilweise Dachbegrünung, Fassadenbegrünung wäre nicht schlecht. Bei Fassadenbegrünung muss man ein bisschen aufpassen. Hält die Fassade oder bricht die ganze Fassade runter? Bautechnisch, bei mir. Aber das sind so Sachen, wo eigentlich die Stadt relativ wenig Einfluss nehmen kann. Also sie versucht es mit Förderungen, Anreizsysteme, aber es gibt nicht wirklich diesen gesetzlichen Anspruch zu sagen, okay, das Haus steht seit 200 Jahren und jetzt müssen wir eine Fassadenbegrünung machen. Neubau ist eine andere Geschichte, aber im Bestand selber ist es unglaublich schwierig. Daher ist halt der Fokus halt sehr stark auf die Straßen, also Bäume auf die Straßen zu setzen, wo halt dann wieder unterschiedliche Nutzungskonflikte gibt, wie zum Beispiel Parkplätze, Fahrradwege, Wasserleitungen, Stromleitungen und, 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 und. Also wo unterschiedliche Akteureinnen und Akteure auch zusammenkommen und sagen, hey, ich brauche das für das und so weiter und so fort. Ein Thema, und das ist halt auch eine Möglichkeit, aber halt sehr schwierig, sind zum Beispiel Baulücken, dass man sagt, wirklich hernimmt und sagt, okay, Baulücken werden nicht verbaut. Geht die meisten auch nicht, das ist ja auch meistens ein Privateigentum. Aber dort, klar, wäre noch ein Potenzial. Aber das ist wieder ein anderes Problem. Einerseits wollen wir Wohnraum schaffen. Also Wien wächst wahnsinnig mit 30.000, mindestens 30.000 Personen pro Jahr. Die brauchen auch Wohnraum. Teilweise ist Wohnraum ungleich verteilt, klarerweise. Es gibt Leute, die alleine wohnen in einer 120 Quadratmeter Wohnung und andere sieben-, achtköpfige Familien in 50 Quadratmeter Wohnung. Auch nicht so leicht, diesen Shift zu machen. Es sind immer diese Spannungsverhältnisse. Also günstiger Wohnraum oder generell Wohnraum oder Grünflächen. Und wie kann man hier einen Ausgleich schaffen? Also das heißt, man braucht vieles dringend in der Stadt und es ist nicht immer ganz so klar, was jetzt Priorität hat. Sie haben aber auch gesagt, es gibt so ein Momentum für neue Bäume in der Stadt. Wann ist denn das? Ein klassischer, wichtiger Momentum ist immer, insbesondere wenn es um Straßen geht, wenn die Straßen umgebaut wird. Mit den Straßen umgebaut ist ein sehr guter Punkt, ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, ich muss irgendwie Wasserleitungen neu setzen oder ich muss einen Gehsteig neu machen oder einen Fahrradweg. Das sind so Zeitpunkte, wo man sagt, okay, wir könnten theoretisch auch gleichzeitig überlegen, ob man Bäume hineinsetzt. Also das ist eine klassische Zollergasse im siebten Bezirk, wo man diesen Momentum mittig nutzen konnte. Blöd ist immer, erst dann macht man ein Gehsteig und dann reißt man wieder auf wegen Bäumen. Passiert leider auch oft. Macht es halt teilweise als schwieriger. Wenn man das gleichzeitig machen kann, klar, hat es dann einen guten Vorsilfeneffekt. Vielen Dank schon mal dafür. Und nach einer kurzen Werbepause besprechen wir dann, was hinter dem Phänomen der sogenannten Green Gentrification steckt. Ich bin schon sehr gespannt. Wir sind gleich zurück. Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz. Herr Thaler, Sie haben ja auch das Phänomen der sogenannten Green Gentrification untersucht, also der grünen Gentrifizierung. Und dabei schießen eigentlich mit mehr Grün in der Stadt auch die Miet- und Kaufpreise in der Höhe. Ich glaube, so kann man das in etwa umschreiben. Aber vielleicht können Sie noch mal erklären, was passiert denn da genau und wo ist dieses Phänomen überall zu beobachten? Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Gentrifizierung oder Gentrification oder Displacement. Das ist ein Begriff, den wir in der Wissenschaft und insbesondere seit den 60er Jahren intensiv untersuchen. Was bedeutet das? Das war in England, klassische Arbeiterviertel. Die Leute ziehen weg. Und da war die Frage, wieso ziehen diese Leute weg? Also die, die dort seit 150 Jahren lebten. Und jetzt auf einmal kamen neue Leute wie eben Künstlerinnen und Künstler, Studentinnen und Studenten. Eigentlich Personen, die nicht in diesen klassischen Vierteln wohnen. Und dadurch haben sie eigentlich beobachtet, wenn da unter anderem die öffentliche Hand interveniert, zum Beispiel Schönermacht oder Parkmacht oder irgendwas macht, dass das eigentlich einen Einfluss auf Mieten haben kann. Und dadurch mit höheren Mieten bedeutet das damals oder auch heute, dass manche Leute die Wohnung nicht mehr leisten können und umziehen müssen eine billige Wohnung. Diese Gentrification kann aufgrund von der öffentlichen Hand, das kann aber auch von Immobilienmaklern oder zum Beispiel, wir haben es auch schon beobachtet, durch Starbucks einen Einfluss haben, dass man einfach diese Vierteln oder Kretzeln sich einfach ändern und Leute ziehen einfach weg. Bei der Green Gentrification, das ist eine Debatte, die in den 2000er Jahren massiv aus den USA kommt. Dort hat man irgendwas anders beobachtet und hat gesagt, hey, diese Biomärkte, Biobaumärkte haben irgendwie komischen Einfluss auf diese Zusammensetzung des Kretzels. Also irgendwie merkt man da, seit es so mehr Grünflächen gibt oder mehr Bugs und so weiter, dass irgendwie die Mietpreisen steigen, dass einfach auch die Leute, die dort leben, nicht mehr dort leben. Und das klassische Beispiel waren die Highlines in New York, wo man tatsächlich dann beobachten konnte, okay, super Idee, es ist eine ehemalige U-Bahn-Linie, gibt es nicht mehr, die begrünt man, weil eh New York kein Grün hat. Aber gleichzeitig sind die massiv die Bodenpreise hinaufgegangen. Das heißt einfach, den Streifen fünf Kilometer von diesen Highlands entfernt wurden dann die massive Gentrifizierung durchgeführt. Und dort hat man beobachtet, ups, wir haben ein großes Problem. Wir wissen, Hitze, gut gegen Hitze sind Grünflächen. Wir wissen auch, wer lebt diese Hitzeinseln, sind meistens einkommenschwache Haushalte. Dem müssen wir ja was helfen. Also wir wollten was Positives geben. Und gleichzeitig haben wir vergessen, dass es eigentlich möglich eine Kehrseite der Medaille auch geben kann, dass der Immobilienmarkt sagt, ups, das ist interessant, das schaut schön raus. Man könnte es ja auch im Preis niederschlagen. Und das tatsächlich hat man massiv in den USA beobachtet, beobachtet man auch langsam auch in Europa, zum Beispiel in Barcelona hat man ähnliche Trends. Oder in London, wo man diesen Verdrängungsprozess aufgrund von mehr Grünflächen beobachtet. Wie gesagt, ein Grund ist einfach, die Immobilienmarkt beobachtet das und sagt, okay, interessant, das kann man eigentlich in den Mieten niederschlagen, weil es einfach eine Attraktion erhöht. Wo man das auch beobachtet, ist ja eigentlich zum Beispiel eine Sanierung von Wohnungen, wo man das auch tatsächlich, man saniert die Wohnungen ja nicht gratis, sondern man will ja höhere Mieten haben. Bedeutet aber auch vor allem, wenn es ein einkommensschwache Haushalt ist, dass die tatsächlich dann häufig wieder rausziehen in unsanierten Wohnungen, weil sie einfach den höheren Mietpreis nicht bezahlen können. Wie ist das denn in Wien oder generell in Österreich Städten? Gibt es da die Green Gentrification? In unseren Studien in Sensus, was ein BWDF gefördertes Projekt ist, haben wir das bis jetzt de facto noch nicht beobachtet, aus unterschiedlichen Gründen. Also einerseits, wo sieht man diese Green Gentrification wunderbar? Insbesondere in den USA, wenn ein neuer Park gebaut wurde. Der letzte größere Park ist der Donaupark in Wien, das ist in den 70er Jahren. Also wir haben auch hier keine Referenz. Gleichzeitig muss man schon aussagen und betonen, der Wiener Wohnungsmarkt ist ja wirklich international Vorbildwirkung. Also wirklich ganz anders. Also mit mehr oder weniger 40, 50 Prozent der Bevölkerung lebt entweder in einem sozialen Wohnbau oder in einer Wohnbaugenossenschaft. Wir haben teilweise relativ strenge Regelungen für Mietpreisen, die eigentlich einen sehr positiven Effekt haben. Und wenn man es jetzt vergleicht, ich habe drei Jahre in London gelebt. Die Mieten in Wien sind schon sehr angenehm. Im Vergleich eben zu Paris, London oder New York. Das vergessen halt sehr viele Menschen einfach. Das sind schon so Effekte, die eben auch diese Verdrängungsprozesse, also wir beobachten sie auch in Wien klarerweise, aber nicht diese massive Verdrängung, wie man zum Beispiel in New York oder London beobachtet. Und mit Green Gentrification de facto sehen wir es noch nicht. Wir sehen es auch noch nicht, dass der Immobilienmarkt massiv das aneignet und sagt, okay, coole Sache, das hauen wir drauf. Aber das heißt nicht, dass es nicht schon Tendenzen gibt. Es gibt schon ein, zwei Immobilienfirmen, die es promoten und sagen, hey, schaut, wir machen grüner und es ist angenehmer. Die Frage klar stellt sich, wie schaut es dann in 30, 40, 50 Jahren aus? Wir haben jetzt so ein Klimaszenario mit 2,7 Grad, wenn die Hitzenwellen länger werden, früher werden, mehr Tropennächte, mehr heißere Tage, ob nicht dort dann wirklich das Interessante wird, mehr Grünflächen zu haben und dadurch auch eine höhere Preise zu bezahlen, wie wir zum Beispiel nach dem ersten Lockdown bei Covid beobachtet haben, wo die Leute massiv bereit wären, mehr für Grün zu zahlen. Dieser Effekt ist auch wieder weg. Aber es heißt nicht nur, weil wir sie jetzt nicht haben, ob das nicht in 30, 40 Jahren nicht auch auftreten kann. Also es könnte sozusagen sein, dass Grün irgendwann vielleicht eines der wichtigsten Kriterien auch bei der Wohnungssuche wird, wenn nicht sogar das wichtigste Kriterium. Jetzt haben Sie auch schon zu mir gesagt, dass besonders einkommensschwache Familien ja eigentlich mehr Grün in ihrer Umgebung benötigen würden. Warum ist das denn so? Einkommensschwache Haushalte würden massiv stärker von Grünflächen profitieren. Das haben auch unsere Untersuchungen ergeben. Einerseits, einkommensschwache Haushalte sind den meisten auch überbelegt. Da leben viel mehr Menschen in einer Wohnung. Das heißt, die Häuser sind eng und sind insbesondere heiß, also vor allem auch in der Nacht. Das kühlt nicht ab und so weiter. Und die brauchen tatsächlich auch viel mehr diese Grünflächen. Der zweite Punkt, den wir untersucht haben und auch herausbekommen haben, war eben dieser positive gesundheitliche Effekt. Je mehr man in Grünflächenzeit verbringt, positiv für die eigene Psyche ist, bis hin eigentlich, man raucht auch weniger Zigaretten. Wir haben englische Kolleginnen und Kollegen herausgefunden. Aber gleichzeitig sind einkommensschwache Haushalte weniger oft in Grünflächen zu finden. Das ist ein Punkt, wo wir sagen, wir wissen es nicht genau, wieso. Es gibt aber auch Vermutungen, weil sie keine Zeit haben, weil sie mehr Jobs haben und viel mehr Care-Arbeit und so weiter und so fort. Aber eben auch einkommensstärke der Haushalte haben ja viel mehr Möglichkeit und verbringen auch viel mehr Zeit in Grünflächen und dort beobachten diesen grünen positiven Effekt für die eigene Psyche und Gesundheit massiv. Und das würde halt, würde es mehr Grün geben oder würden wir mehr versuchen, einkommensschwache Haushalte in Grünflächen reinzubekommen, würden die überprofessional stark profitieren von der ganzen Situation. Also das Grün musste sozusagen auch unmittelbarer werden für diese Haushalte und Familien. Jetzt kurz zu den Baumarten in der Stadt und wie der Klimawandel sie beeinflusst. Nämlich in Wien ist es ja so, Spitz- und Bergahorn zählen zu den wichtigsten Baumarten. Also man kann eigentlich sagen, dass sie das Stadtbild prägen gewissermaßen. Und eine Kollegin und ich haben jetzt für einen Artikel recherchiert, dass sie dem Klimawandel nicht besonders gut standhalten, weil sie sehr hitzeempfindlich ist und dass die Stadt daher immer mehr klimaresistente Arten pflanzt. Was sind denn die Bäume der Zukunft oder sagen wir die Stadtbäume der Zukunft? In Wien haben wir tatsächlich mehrere Probleme mit Stadtbäumen. Also die haben ungefähr eine durchschnittliche Lebenserwartung von 15, 16 Jahren. Also viele Bäume sterben einfach sofort nach der Bepflanzung. Sie sind gegen Hitze massiv ausgesetzt. Sie sind im Winter auf der Streusalze ausgesetzt und teilweise Kälte oder auf die Abgase. Also die Bäume müssen relativ viel aushalten und mitmachen. Was wir langsam beobachten eben ist, dass man eben andere Bäume pflanzt. Die sind resilienter gegenüber der Hitze. Es ist immer eine Diskussion, das sind ja nicht Bäume, die hier groß werden. Das sind diese, sagen wir mal, invasiven Pflanzen dann teilweise. Wie geht man mit denen um? Will man die haben? Die sind ja nicht einheimisch. Wie passt das mit den einheimischen Ökosystemen zusammen? Also da gibt es dann sehr viele Konfliktfelder. Was wir aber auch beobachten und teilweise auch probiert werden, also insbesondere bei den historischen Gärten, die müssen die gleichen Bäume ja wieder pflanzen, dass man doch die Samen versucht aus dem südlichen Europa einzuholen. Das heißt, man fährt halt nach der Türkei oder halt nach Israel, aber die gleichen Bäume, die gleichen Samen herauszuziehen und hier zu pflanzen. Der wichtigste Grund ist einfach, dort passen sich die, oder sind die Bäume eigentlich teilweise an dieser Hitze ausgesetzt und angepasst. Das heißt, die Hitze, was man doch beobachten, könnte ja sein, dass man in 40, 50 Jahren hier in Europa haben. Und damit versucht man eigentlich, dann ein bisschen diesen Baumsterben entgegenzuwirken. Langsam. Also das ist eine spannende Strategie, um Bäume herzubringen, die sich gewissermaßen an die Bedingungen schon gewöhnt haben. Ich bedanke mich sehr, Herr Thaler. Vielen Dank von meiner Seite. Und ich hoffe, auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, hat dieser Podcast gefallen und dass ihr etwas daraus mitnehmen konntet. Und wie immer sage ich natürlich dazu, habt ihr Anregungen oder Kritik zu dem Podcast, dann schreibt uns doch gerne ein E-Mail an zukunft.at.at. Und natürlich freuen wir uns wie immer auch über eine super Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr uns außerdem noch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch gerne mit einem Abo tun oder indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Alle Informationen dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Ich bin Lisa Breit und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Bis bald! Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holup. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit und die Standard-Redaktion liefert Antworten. Im Thema des Tages von Montag bis Freitag um 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.